Willkommen heute im Live in der Facebook-Gruppe Cashflow-Coaching-Community. Wir warten noch ein paar Minuten. Bei dem einen oder anderen ist ja heute Feiertag. Wir in Baden-Württemberg haben auch Feiertag. Aber wie heißt das Ding? Ich glaube, Happy Leichnam. Ja, Froh Leichnam. Und ich freue mich riesig. Heute echt ein mega, mega Thema. Ich habe es auch ganz penetrant hingeschrieben. Die brutale Wahrheit über passives Einkommen. Jetzt warten wir mal noch ein bisschen kurz, bis die Leute drin sind. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr könnt ja mal reinschreiben, einmal, ob der Ton gut ist. Zweitens, ob ihr Feiertag habt heute oder nicht. Und vor allem, was euch bei dem Thema heute Abend am meisten interessiert, schreibt es gerne mal kurz in die Kommentare rein. Dann warten wir noch ein, zwei Minuten, bis die weiteren Personen in den Livestream kommen. Und dann möchte ich natürlich an der Stelle auch nochmal kurz einen Input geben. Es sind immer wieder Leute da, die ganz neu in der Gruppe sind, die heute das erste Mal live dabei sind. Dann freue ich mich riesig. Also bei uns läuft es hier wie ein Schweizer Uhrwerk in der Cashflow Coaching Community Gruppe. Sprich, jede Woche Donnerstag, 20 Uhr macht es definitiv Sinn, sich ein ganz, ganz dickes Kreuz in den Kalender rein zu machen. Weil wir in der Regel eine Stunde sind wir auf jeden Fall mal live. Manchmal geht es länger, kürzer war es noch nie. Und ich denke, der Content ist extrem viel wert. Warum gibt es die Gruppe? Mein großes Ziel mit der Gruppe ist natürlich, Menschen zu informieren, ein Value zu geben, Content zu liefern über das Thema Cashflow. Weil das ist so meine große Expertise, Cashflow in jeder möglichen Situation zu bekommen. Also einmal passive Einkommensströme, über das, was natürlich heute auch oder wo ich drüber sprechen möchte. Und das betrifft uns alle. Also das heißt, die Gruppe ist dafür da, dass du einmal im Bereich finanzielle Bildung, Money Management einfach besser lernst, mit Geld umzugehen, um mehr Kapital auf die Seite zu bekommen. Dass du Hintergrundinformationen bekommst über die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, über die Finanzkrise, über die Finanzindustrie, dass du nicht mehr abgezockt wirst. Und natürlich immer Lösungen aufgezeigt bekommst, wie kannst du sehr, sehr sicher investieren, nachhaltig investieren, dass du wirklich auch Eigentümer in der Ware bist, Strategien wie die 5 reichsten Menschengruppen auch anwenden. Und dazu gibt es ja auch meinen Videokurs. Also wer den Videokurs noch nicht gesehen hat, auf wohlstandskanzlei.de. Der dreiteilige Videokurs, mit dem haben wir wirklich die ganze Finanzbranche revolutioniert vor sieben Jahren. Es macht schon richtig Sinn. Und es spielt auch keine Rolle, ob du hier drin Angestellter bist, ob du aktuell vielleicht arbeitssuchend bist, ob du selbstständiger Unternehmer bist, vielleicht ein sehr, sehr florierendes Geschäft hast, Online-Markter. Jeder bekommt richtig, richtig guten Input, dass er zukünftig lernt, einfach mehr Cashflow zu generieren. Und wenn wir heute in dieses Thema einsteigen, passives Einkommen, ja und deswegen auch die brutale Wahrheit. Ihr seht hier das Dollar-Bild, weil der Dollar wird gedruckt aus dem Nichts. Das heißt, die Federal Reserve, die kann Geld erzeugen aus dem Nichts. Die EZB kann Geld erzeugen aus dem Nichts. Dementsprechend generieren da sehr, sehr viele, vor allem die Institute, passives Einkommen, weil außer die Druckerpresse anzumachen, ist da nicht viel dahinter. Oder per Knopfdruck einfach digital Geld zu vermehren. Und es gibt so viele Leute, die wünschen sich das auch, sagen, Mensch, wenn ich das so einfach machen könnte, wie die Federal Reserve per Knopfdruck einfach immer Geld erzeugen oder die EZB, das wäre natürlich schön. Und ich will heute einmal aufzeigen, einmal, wer hat überhaupt die Möglichkeit, passives Einkommen zu generieren? Ja, was verstehen wir konkret davon? Dann zeige ich euch kurz auf die vier verschiedenen Arten von Einkommen, die man so pauschal generieren kann. Dann könnt ihr mal kurz überprüfen, okay, von eurem Monatseinkommen, vom Jahreseinkommen, welche vier Einkommensmöglichkeiten habt ihr denn schon abgedeckt? Und dann möchte ich euch am Schluss noch drei Mythen aufzeigen, warum das Thema heute auch so gewählt ist. Ja, brutale Wahrheit, passives Einkommen. So, jetzt steigen wir erstmal ein und zwar in diese Übersicht, welche Menschengruppen haben denn überhaupt die Möglichkeit, passives Einkommen zu erzeugen? Weil bei passivem Einkommen spreche ich nicht von Arbeitslosengeld, Hartz IV, Urlaubsgeld oder sonstigen Tantiemen, wo ich jetzt überhaupt noch nie was dafür gemacht habe. Das hat mit passivem Einkommen relativ wenig zu tun. Ja, man ist zwar selbst passiv und erhält ein Einkommen, nur das wird definitiv nicht langfristig halten. Ja, also ich glaube auch keiner bekommt als Angestellter mehr als 30 Tage Urlaubsgeld, mehr als einmal Weihnachtsgeld und Krankengeld ist ja auch so ein Thema. Das wünscht man sich auch sehr, sehr ungern. Ja, das ist zwar ganz toll, wenn man was dafür bekommt. Das ist in dem deutschen System hier so. Das ist zwar ganz angenehm, nur keiner möchte freiwillig krank sein, dass er passive Einkommensströme generiert. Ja, und Hartz IV möchte in der Regel auch niemand sein. Ja, auch wenn wir hier in Deutschland geht es manchen Leuten damit sehr, sehr gut. Leider Gottes, aber ich glaube, das liegt dann daran, dass die nebenbei noch andere Sachen durchführen, um Einkommen zu generieren. Ich möchte hier an der Stelle nochmal zurückkommen und zwar auf diesen bekannten Cashflow-Quadrant. Ja, der bekannte Cashflow-Quadrant sieht ja folgendermaßen aus. Wir haben ja auf der linken Seite, haben wir ja den Angestellter, also Angestellter und wir haben den Selbstständigen. Ups, ja, wenn man den mal schreiben kann. So, Selbstständiger. So, also, das heißt, es gibt linke Seite Angestellte und Selbstständige. So, die, und das müsst ihr wissen, haben 95% der Arbeit und 5% des weltweiten Reichtums. Also, jeder, der aktuell auf der linken Seite ist, ja, man kann da trotzdem erfolgreich werden, was erreichen, es steht außer Frage. Ja, die Kunst ist es natürlich wirklich, um wohlhabend, finanziell unabhängig zu werden, einen Switch zu machen auf diese rechte Seite. Ja, die rechte Seite sieht folgendermaßen aus. Wir haben einmal hier den Unternehmer. Ja, den Unternehmer, und wir haben hier den Investor. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer von diesen vier Menschengruppen hat überhaupt die Möglichkeit, passive Einkommen zu generieren? Ja, so, also wir sprechen, wie gesagt, der Angestellte hat die Sicherheit, Urlaubsgeld, Krankengeld, eventuell der Selbstständige, der fällt da schon mal raus. Also, der Selbstständige hat kein Urlaubsgeld, ja, der bezahlt sich selber kein Urlaubsgeld. Der, der Selbstständige hat auch nicht die Möglichkeit, der kann vielleicht ein Krankentagegeld absichern über seine Versicherung, ja, aber er wird sehr, sehr undankbar sein mit der Situation, wenn die eintrifft. Ja, das heißt, wir brauchen natürlich eine finanzielle Sicherheit. Und finanzielle Sicherheit komme ich noch drauf, ob das wirklich passive Einkommen sind, finanzielle Sicherheit, oder ob es was anderes ist, ja. Also, hier keine passiven Einnahmen, ich schreibe das mal rot, ja. Kein, keine passive Einnahmen. So, hier drüben, der Unternehmer, weiß jeder, der Unternehmer hat ein Unternehmen. Ob der jetzt drei Angestellte hat, fünf, hundert, tausend, zehntausende von Angestellten, ja, das heißt, der Angestellte arbeitet für einen Unternehmer. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln, das ist einfach so. Deswegen trägt ein Unternehmer das Risiko und muss das Unternehmen führen. Und dazu benötigt er Angestellte oder Mitarbeiter, die im Prinzip das Unternehmen nach oben skalieren können. So, das heißt, der Unternehmer, wenn er alles richtig macht, hat er die Möglichkeit, überhaupt passive Einkommenströme zu erzielen. Die Frage sind, wenn er Mitarbeiter einstellt, sind es passive Einkommenströme, kommen wir auch gleich noch drauf. Und passive Einkommen generell möglich für einen Investor. Warum? Der Investor ist derjenige, der genug Kapital hat, in Projekte, in Unternehmen investiert. Das ist zum Beispiel die Möglichkeit, der Investor kann in ein Unternehmen investieren. Das heißt, er hat mit dem Unternehmen als solches nichts zu tun, aber wenn er davon zum Beispiel Warren Buffett, das ist das beste Beispiel, Warren Buffett bekommt bei Coca-Cola mit seinen Aktien mehr Dividendenauszahlung im Jahr als der CEO oder der Unternehmenschef von Coca-Cola selbst. Ja? Was muss Warren Buffett jetzt machen? Springt er bei Coca-Cola rum? Koordiniert er den Mitarbeiter? Ja? Was macht er? Nein, er ist Investor. Das heißt, er hat so viel Kapital, dass er daraus resultierend Dividenden bekommt. Ja, beziehungsweise Wertschöpfungskette oder eine Wertschätzung und Wertsteigerung seiner Aktienpakete. Wenn er die wieder abstoßt und Gewinn macht oder wieder einkauft, entsprechend, er ist ja der Value-Investor ohne Ende und sagt sich, ich bin ja kein Trader. Ja, deswegen sieht er das immer sehr, sehr langfristig. Das heißt, hier besteht die Möglichkeit, überhaupt passive Einnahmen zu generieren. Warum möchte ich das aufzeigen? Ganz einfach, man sollte verstehen, dass die Chance, auf der linken Seite finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, extrem schwierig ist bis nahezu aussichtslos. Ja, aussichtslos. Ich muss also irgendwann eine Entscheidung treffen. Es geht sowohl von hier nach hier, ja, oder auch das. Das geht, dass ich, wie kann ich mich als Selbstständiger, wie kann ich etwas nach oben skalieren, wie kann ich aus dem Selbstständigen ein Unternehmer machen? Ja, der große Unterschied ist, der Selbstständige ist in der Regel immer der Chef, der am meisten arbeitet im Unternehmen und sagt, ja, ich muss alles selber machen. Ja, deswegen ist er selbstunständig. Der kann keine Arbeit delegieren, der weiß nicht, wie man Mitarbeiter einstellt, der denkt immer, er kann alles besser. Deswegen, ich bin fest davon überzeugt, dass oftmals erfolgreiche Unternehmer sind auch nicht unbedingt die Schlausten, weil wenn sie wissen, dass sie das, das und das nicht können, dann benötigen sie Hilfe. Ja, und sie sind auch offen dafür, dass ihnen jemand hilft. Und durch das, dass sie nach Hilfe suchen, Hilfe annehmen und bereit sind, Menschen einzustellen, kann es sein, dass ein Unternehmen sehr erfolgreich groß wird. Der Selbstständige, der immer denkt, ey, ich mache das lieber selbst und ich gucke, dass ich das besser kann und lerne dazu, wie kann ich es besser machen? Also der Selbstständige stellt sich immer die Frage, wie? Ja, also wie kann ich was besser machen? Wie kann ich das optimieren? Und der Unternehmer stellt sich immer die Frage, wer kann es? Wer kann es besser? Wen können wir einsetzen? Wer lässt sich schnell einarbeiten? Und das ist ein Riesenunterschied. So, und der Investor, da brauchen wir nicht drüber sprechen, dass der natürlich Möglichkeiten hat, passive Einkommenströme zu generieren. Und deswegen ist es auch so wichtig, wir haben ja Angestellte, Mandanten, wir haben Selbstständige, Unternehmer, Investor, wir haben alles. So, und auch der Angestellte hat die Möglichkeit, passive Einkommenströme zu erzielen, aber nur, wenn er natürlich vom Angestellten zum Investor wird. Er wird es nicht erreichen, wenn er eine Lebensversicherung abschließt oder einen Baustellvertrag, weil, dass man da mal passive Einkommenströme von Mieterträgen oder generell Erträge oder Zinsen bekommt, ist, meines Erachtens, auf jeden Fall mal nicht inflationsgeschützt, auch nicht sicher. Und früher oder später, wenn es richtig knallt, dann ist das Kapital weg. Also, vom Mindset, vom Denken, wenn ich aktuell Angestellter oder Selbstständiger bin, dann sollte das Ziel sein, überhaupt erst mal auf diese rechte Seite zu kommen. Und da muss man ja die Frage stellen, wie kann ich das schaffen? Was kann ich dafür tun? Ja, da wird man auch gleich kurz reingehen, welche Prozesse dafür notwendig sind. Dann habe ich überhaupt mal die Möglichkeit, passive Einnahmen zu erzielen. Ansonsten, no go. Ja, no go. Das muss einem klar sein. Deswegen will ich an der Stelle auch sagen, es ist nicht einfach, passive Einkommenströme überhaupt aufzubauen. Ja, also, wenn manche davon träumen und sagen, ja, das ist doch easy, da muss ich mal gucken, wir kommen gleich mal noch zu der Aufstellung. Dann muss ich mir die Frage stellen, okay, was kann ich tun, damit es zukünftig realisierbar ist? Der Weg ist gar nicht einfach. Also, wenn ich zurückdenke, an meine Karriereanfänge, dann war das erfolgreichste, da war ich 13 oder 14, da habe ich nämlich das erste Vertriebsbusiness aufgebaut. Ja, mit 13, 14 habe ich ein echt gutes Vertriebsmodell aufgebaut. Und ich möchte es kurz erzählen. Und da kann man mal überlegen, war ich da Unternehmer, war ich Selbstständiger oder was war ich denn überhaupt? Sind es passive Einkommensströme oder was ist es? Und zwar, als ich 13, 14 war, hatte mein bester Freund einen CD-Brenner. Und in ganz Karlsruhe hatte kein Mensch einen CD-Brenner. Und der wurde dann 16 und hat gesagt, du Tobias, jetzt wird es blöd, weil mit 16 bin ich natürlich, mache ich mich damit strafbar, wenn ich Raubkopien verkaufe. Und das wäre doch klasse, können wir das nicht organisieren, dass du zukünftig den CD-Brenner zu Hause hast. Ja, dann hatte ich den eine Woche, dann ging das Ding im Arsch. Ja, so, dann haben wir gesagt, okay, was machen wir denn? Dann haben wir zusammen investiert und haben wieder einen neuen CD-Brenner gekauft. Ja, ich will mal kurz ein paar Eckdaten dazu sagen. Der schnellste CD-Brenner damals, das war ein Terg, CD-Brenner mit Vierfachbrennung. Und da hat eine Simulation, also vom Brennvorgang eine halbe Stunde gedauert. Und dann das Brennen nochmal eine halbe Stunde. Das heißt, du hast eine Stunde gebraucht, um eine CD zu brennen. Wenn man jetzt mehrere Kopien gemacht hat, hat man gesagt, okay, man simuliert einmal und dann habe ich zumindest alle 30 Minuten etwas produziert. Und das war ganz interessant. Wir haben dann, wir haben die gebrannten CDs, wir haben die verkauft. Also ein Kollege hat die Playstations mit Chip aus China gelötet, dass man da überhaupt beschreibbare oder, sagen wir mal, Raubkopien, dass man die überhaupt lesen kann. Das war das Erste. Zweitens haben wir dann die CDs gebrannt. Das heißt, wir haben aus der Videothek Spiele ausgeliehen, haben die gebrannt und haben damit an ein gutes Vertriebsnetzwerk aufgebaut. Und jetzt war interessant, jetzt haben natürlich die direkte Kontakte von uns gesagt, hey, wir haben noch, wir brauchen das Spiel fünfmal. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, Vier war 98 oder so. Ja, ich brauche das fünfmal. Ich brauche das zehnmal. Da habe ich gedacht, was machen die denn? Ja, die haben für uns im Prinzip dann angefangen zu verkaufen. Damals hat ein Rohling noch 1,50 Mark gekostet. Da sind wir mit dem Einkaufen gegangen. So ein hunderter Paket für 150 Mark. Sind in die Straßenbahn eingestiegen mit dem Riesenkattung, weil da gab es so keine Spindeln. Das war wirklich noch so richtig gut verpackt. Und sind dann da marschiert und mit der Straßenbahn heimfahren. Das war das Businessmodell. Das heißt, ich hatte zwar den Vorteil, dass ich, ich habe ja ständig gebrannt. Ich habe jetzt niemanden organisiert, der für mich brennt. Also habe ich das selber gemacht. Ich war also Selbstständiger. Das Einzige, was richtig gut lief, wir haben das Einkommen dahingehend gehebelt. Man spricht im Amerikanischen oder im Englischen von Leverage Income. Leverage Income ist, wie kann ich es skalieren und wie kann ich es hebeln? Weil wenn ich jetzt immer nur zehn Kunden habe, verkaufe ich immer die zehn, verdiene ich immer das Gleiche. Da sprechen wir von Linear Income, von linearem Einkommen, was halt immer reinkommt. Und jetzt war das Ziel, wie kann ich das hebeln? Und dementsprechend haben diese direkten Geschäftspartner sozusagen, wir haben die schon Geschäftspartner genannt, weil die haben dann natürlich den Abverkauf draußen gemacht. Wir mussten gar nichts mehr machen. Ja, da kam ein neues Spiel raus, da haben wir die zehn Kontakte angerufen, haben gesagt, ey, da ist zum Beispiel Metal Gear Solid rausgekommen. Das ist bei mir schon noch eingebrannt, die ganzen Spiele noch. Metal Gear Solid, haben gesagt, bitte bis in den nächsten 15 Minuten, kurz Information, wie oft ihr das braucht. Und nach 15, 20 Minuten hat es geklingelt. Kling, 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 kling. Habe ich CDs gebrannt und damit haben wir richtig gutes Geld verdient. In den besten Monaten habe ich mit 14 verdient, im Monat so 2, 2500 Mark. Also ich habe wesentlich mehr Geld verdient als meine Mutter. Und die hat sich den ganzen Tag die Frage gestellt, was macht eigentlich der Kaspar da in seinem Zimmer? Und dauernd haben die Freunde geklingelt und haben gesagt, ey, ich will die Spiele abholen. Ja, dann immer schön Cash gegen die CDs, Cash gegen die CDs, ja. Und das Einzige, was uns, und jetzt pass auf, jetzt geht es ja darum. Jetzt habe ich zwar ein Leverage Income gehabt, passiv würde ich nicht sagen. Okay, das ist falsch, weil dann hätte ich dazu ja nichts machen müssen. Aber ich hatte zumindest ein gehebeltes Einkommen und das konnte man gut skalieren. Und dann kam natürlich, was, bevor ich 16 wurde, wo ich dann hätte aufhören müssen, war das Problem. Tja, es kam Kopierschutz-Thema auf, ja. Es wurden immer mehr Spiele, gab Kopierschutz drauf, da musste man den cracken. Es war so ein Aufwand teilweise. Und plötzlich kamen bei Aldi die PCs und alle hatten einen Vierfachbrenner drin. Ja, so hat bei uns natürlich keiner mehr gekauft. Das heißt, unser Geschäftsmodell war leider Gottes im Arsch. So, und da war ich natürlich froh, dass ich mit 15 neben der Schule in den Finanzvertrieb reingekommen bin. Und auch hier, auch hier war ich nur Selbstständiger, ja. Das heißt, ich war Selbstständiger. Ich hatte zwar zwei, drei, vier Vertriebspartner aufbauen können, aber es war ziemlich schwierig. Und somit hatte ich auch nur wieder ein Leverage Income. Warum? Also ein gehebeltes Einkommen. Wobei ich ganz ehrlich ja sagen muss, ich habe ja drei Jahre lang vom 15. bis 18. Lebensjahr habe ich so gut wie kein Geld verdient. Ich kann mich noch an einen Sommer erinnern, als ich 17 war. Da habe ich so viele Flyer verteilt an Autos mit dem Fahrrad, um ins Büro zu fahren nach der Schule. Oder es war ja Sommerferien. Da habe ich es geschafft, teilweise, also einmal in sechs Wochen Sommerferien, weil ich auch nicht einmal im Schwimmbad war, jeden Tag 30 Grad und ins Büro gefahren bin. Und dann hatte ich mal 3.000 Mark verdient, ja. Das war im 2001 war das, ja. 2001, 2002 kam ja dann der Euro. Habe ich 3.000 Mark verdient, ja. Super. Also war natürlich schon geil. Auf der anderen Seite, wenn ich überlege, wie viel ich dafür im Neudeutsch gehustelt habe und unterwegs war, war schon heftig. So, das heißt, ich habe, in der Regel war ich immer der selbstständige Einzelkämpfer. Also nochmal, um hier zurückzugehen. Ich war immer der selbstständige Einzelkämpfer. Das heißt, ich hatte die Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen. Aber ich war niemals hier Rechtsunternehmer oder Investor. Ja, das hat mir gefehlt und somit habe ich auch nie passive Einkommensströme erzielt. Ich hatte ja dann im Network Marketing angefangen, damals so mit 18, 19. Und dort hatte ich das erste Mal, und das war interessant für mich, weil wenn du immer nur selber fleißig bist und tauschst Zeit gegen Ergebnisse, dann kann das mal profitabel sein oder weniger profitabel. Bei mir war es jahrelang völlig unprofitabel. Ich habe nur sehr viel gelernt. Und dann habe ich im Network Marketing angefangen und da ging mir echt ein Licht auf, wenn man Teams aufbaut. Und die sind jetzt draußen und machen Umsätze. Und ich profitiere davon. Das waren die ersten, sagen wir mal, passiven Einkommensströme, weil ich ja bei den Terminen aktiv nicht dabei war. Aber trotzdem, auch da, mit passivem Einkommen hat es trotzdem noch ganz, ganz lange nichts zu tun. Weil du musst die Leute ja trainieren, du musst sie ausbilden, nur dass sie sich multiplizieren können oder dass sie Klone von dir werden, damit du überhaupt Geld verdienst. Wenn du selber nichts mehr machst, selber nichts mehr machst, macht die Downline oder die Geschäftspartner genau das Gleiche wie du, weil du die Führungskraft bist und dementsprechend bricht dieses Einkommen weg. Weil Menschen gehen immer davon aus, passives Einkommen bedeutet, ich lehne mich zurück, chill mein Leben und ständig kommt immer neues Geld rein durch irgendwas, was ich vielleicht mal aufgebaut habe. So, und das ist ein riesiger Trugschluss. Ein ganz, ganz riesiger Trugschluss. Ich erkläre kurz, es gibt unterschiedliche Arten von passivem Einkommen. Wenn du sagst, okay, ich setze mich vor den Kamin und jetzt muss ich in den Kamin ja erstmal ordentlich Holz reinlegen. Da muss ich das befeuern. So, und jetzt fängt es an zu lodern und dann entflammt der Kamin oder das Holz brennt und gibt mir Wärme. Und jetzt kann ich mich hinsetzen und chillen. Und dann wird man mit der Zeit merken, dass das Holz immer mehr verbrennt. Die Wärme lässt nach. Also, was ist unsere Aufgabe? Wir müssen Holz nachlegen. Das heißt, der Aufwand ist zwar, die Befeuerung ist nicht mehr so aufwendig, weil es ja schon brennt. Also lege ich immer nach. Ich lege nach. Ja, aber ich muss kontinuierlich den gleichen Arbeitsaufwand wieder machen. Jetzt könnte ich sagen, ja gut, jetzt, was gibt es für Möglichkeiten? Ich engagiere mir jemanden, der immer das Holz reinlegt, dann habe ich passive Einkommensströme. Dann muss ich lediglich was dem abgeben. Das kann passieren. Okay, das ist das Erste. Das Zweite ist, ich kreiere eine Maschine, die ständig das Holz alle 10 Minuten nimmt und da ein Brikett oder was da reinlegt. So, schön. Kann ich auch chillen. Aber was ist denn jetzt wichtig? Das Holz ist ja nicht unendlich da. Ja, wir gehen immer davon aus, ah, da muss ich nur wenig Aufwand betreiben. Ja, aber jetzt brauche ich noch irgendjemand, der mir das Holz anliefert. Das heißt, von der ganzen Wertschöpfungskette muss irgendjemand, damit ich überhaupt ein Holzstück da reinlegen kann, muss in den Wald gegangen sein, muss einen Baum abgesägt haben, muss das in kleine Stücke gemacht haben, muss das getrocknet haben. Ein riesen Aufwand und da muss das ja erstmal in den Laden geschafft werden und vom Laden muss ich das holen oder holen lassen. Ja, so, das heißt, ich kann das passive Einkommen nur genießen, wenn irgendeine Systematik für mich ständig die Arbeit macht oder Personen. Ja, so, und das muss mir bewusst sein. Passives Einkommen entsteht nicht, in dem nicht irgendwas vorher extrem aktiv gemacht wurde, also extrem viel, ja, harte Arbeit oder kontinuierlich dann jemand diese Arbeit übernimmt. Es kommt nirgendwo Geld vom Himmel gefallen. Ja, selbst die in der Federal Reserve, in der EZB müssen zumindest einen Knopf drücken, damit da Fiat Money rauskommt, ja. So, das ist wichtig zu verstehen. Also, von nichts passiert gar nichts. Es gibt auch niemals eine Ernte, ja, wenn ich nichts sehe oder etwas säen lasse oder ein Controlling darüber habe, ja. Und das ist wirklich ein Punkt der brutalen Wahrheit über passives Einkommen. Ja, wir träumen alle davon, wir sagen, oh, wäre das schön, wenn jeden Monat 2000 Euro reinkommen, oh, 4000, ohne dass ich was machen muss. Das wäre ja richtig geil, ja. Ja, so, und was ich auch sagen will, ist eine wichtige Sache. Und zwar, es kommt nicht darauf an, wie viel Geld du verdienst, ja. Ja, die entscheidende Frage, die du stellen musst, ist, es kommt darauf an, wie du dein Geld verdienst, ja. Also, es ist, hier, ich habe nochmal aufgeschrieben, es kommt nicht darauf an, wie viel Geld du machst, sondern wie du das Geld verdienst. Es gibt diesen schönen Spruch, ähm, work not hard, ja, oder, oder, ähm, work smart, not hard, so ist richtig, sorry. Work smart, not hard. Und ich möchte das gleich mal kurz an einem Beispiel auch erklären, wie wir dieses Business-Modell, wie wir es aktuell ja haben, überhaupt hochskaliert bekommen haben. Ja, so, weil passives Einkommen, wenn das mal reinkommt, bedeutet nicht, dass es permanent kommt. Passives Einkommen wird oft damit verwechselt, ja, dass es immer wieder läuft, immer wieder läuft, immer wieder läuft, ja. Passives Einkommen heißt nicht permanentes Einkommen, ja. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Ich kann passives Einkommen haben, das ständig kommt, das bedeutet aber nicht, dass es permanent bis an mein Lebensende kommt, ja. Also, es kommen immer wieder Situationen in das Leben rein, wo es Umstellungen gibt, Umschwung, eine Firma hat massive Probleme, durch, allein durch Corona, nur durch Corona. Ja, also, nach, durch den Lockdown, im, wann war das, Ende März oder im April durch den Lockdown, ist bei mir ein, sind zwei passive Einkommenströme, wo ich im Monat roundabout 6.000 Euro bekommen habe, aus zwei passiven Einkommenströmen sind von heute auf morgen gestorben. So, wenn ich mich jetzt darauf verlassen hätte, weil 6.000 Euro passiv ist nicht so schlecht, ja, wenn ich, und die liefen ja über ein Jahr, eineinhalb Jahre schon. So, und wenn ich dann sage, ey, wie chillig ist das Leben, 6.000 Euro passives Einkommen, es läuft und läuft und läuft jeden Monat, total entspannt, ja, da muss ich mir überhaupt gar keinen Kopf mehr machen, wunderbare Nummer, dann hätte ich jetzt im Zuge des Lockdowns wahrscheinlich ein massives Problem. So, anderes Beispiel, wir hatten mal so einen ganz goldigen Geschäftspartner, wir hatten ein Produkt vor vielen Jahren, 2012, war übrigens, ich bin da ja mal ganz transparent und offen, war, haben wir einmal richtig in die Scheiße gelangt, das Invest lief drei Jahre, wunder, wunderbar, ganz herrlich und dann ist der Initiator damals mit dem Kapital abgehauen, so eine Vermögensverwaltung aus München, aber das soll jetzt nicht das Thema sein, ich möchte euch was anderes erzählen. Und zwar, wir hatten Kunden beraten und da war ein Geschäftspartner dazwischen und jetzt gab es an den Erträgen der Mandanten, haben wir eine Gewinnbeteiligung gehabt. So, und wir hatten einen Geschäftspartner, der hat immer nur, jede Woche hat er angerufen und der hatte nur zwei Fragen gestellt. Also der war richtig passiv, ja, das Einzige, was der aktiv gemacht hat, der war aktiver Trinker, ja, aber sonst passiv, also active drinking, passive working, so ist was, das ist ein Slogan, ja. So, und der hat alle, jede Woche hat der angerufen, hat gesagt, Tobias, hey, Frage, sag ich, ja, was ist, sagt er, was haben denn meine Mitarbeiter wieder für Umsätze gemacht? Und dann habe ich gedacht, der will mich doch verarschen, ja. Er hat nämlich wirklich drei gute Geschäftspartner, ich weiß gar nicht, wie der das, vielleicht hat er die angehaucht, da sind die umgefallen, hat einen Vertriebspartner in Vertrag geschrieben, ich weiß nicht, wie der das gemacht hat, aber ist ja wurscht. Der hatte drei Vertriebspartner und die haben Umsatz gemacht. Und dann immer, was haben meine Vertriebspartner Umsatz gemacht? Habe ich gesagt, da, das und das. Hey, klasse, kann ich ins Büro kommen? Also, er hat auch so geredet, kann ich ins Büro kommen? Ja, dann gibt es da wieder Provisionsabrechnung? Sag ich, ja, logisch, gibt es das, du hast die Geschäftspartner gebracht, also gibt es Provisionsabrechnung. Hey, super, super. So, dann gab es ja Gewinnbeteiligung aus dem Investment. Hey, wie hoch ist denn die Gewinnbeteiligung von meinen Kunden? Ich denke mir immer, seine Kunden, jemand, der hat mit keinem einzigen Kunde gesprochen, die Geschäftspartner haben Kunden gewonnen, er hat davon profitiert. Also, er hatte wirklich ein passives Einkommen, das muss man sagen. So, und jetzt ist natürlich Folgendes passiert. Irgendwann haben die drei Geschäftspartner gesagt, hey, der Kollege, der macht Active Drinking, Passive Working, so, das finden wir auch nicht so geil. Ich glaube, wir passen uns mal an und wir trinken zwar nichts, aber wir arbeiten einfach mal auch nichts mehr. Das heißt, wir haben halt einfach mal auch, das war im Sommer, alle drei für zwei Wochen, drei Wochen im Urlaub, dann gab es ein paar Herausforderungen, gab es mal einen Monat keinen Umsatz. So, Tobias, was haben meine Leute Umsatz gemacht? Habe ich gesagt, gar nichts, den Monat. Das kann doch nicht sein, oder? Das gibt es doch nicht, hat er sich aufgeregt. Das gibt es doch nicht, warum haben die keinen Umsatz gemacht? Ich sage, ja, wahrscheinlich, du bist denn ihr Idol, ja? Die haben einfach gedacht, die machen es jetzt mal wie du, ja, Zero Umsatz. Ha, ich kann mal, ja, da kann ich meine Miete nicht bezahlen. Habe ich gesagt, ja, okay, und weiter? Sind die verantwortlich, für dich zu arbeiten? Du gibst denen kein Mentoring, du unterstützt die nicht, du supportst die nicht, du hilfst keinem Kunde, du machst gar nichts. Du kannst froh sein, dass du Umsatz bekommst, ja, oder Provision. Ha, was ist denn mit der Gewinnbeteiligung? Ich sage, ja, die gibt's. Ha, gut, dann kann ich wenigstens noch drei Whisky-Cola wieder trinken. Ja, super. Ja, aber wisst ihr, was passiert ist? Im Oktober 2015 war Schichtli im Schachtli, würden Sie sagen, in der Schweiz. Da gab es nämlich gar nichts mehr, weder Umsatz, beziehungsweise der ist ja vorher schon eingebrochen, weil wir haben gesagt, ab März haben wir gemerkt, das wird komisch, haben wir keinen Umsatz mehr gemacht, haben Gelder abgezogen, haben somit noch sehr, sehr viele Kunden gerettet. Ja, aber er, ja, hey, die sollen trotzdem weiter Umsatz machen, habe ich gesagt, nee, mein Freund. Wir werden dieses Produkt nicht mehr vermitteln, da gibt's Probleme, wir merken, da ist was im Argen. Aber das lief doch so super. Sag ich, ja, was heißt, das lief super? Sobald für einen Kunde irgendwas nicht läuft, werden wir nichts mehr vermitteln. Und deine drei Geschäftspartner haben wir mitgeteilt, dass die keinen Umsatz mehr einreichen dürfen. Die haben noch Umsätze sogar eingereicht vorher. Wir haben die angerufen und haben gesagt, hey, wir streichen den Antrag durch, schmeiß mal weg, bitte den Kunden sagen, das Risiko ist zu groß. Na, hat der sich noch aufgeregt? Ja, das wären noch 1.000 Euro wieder Provision gewesen für mich. Als er sagt, hey, deine 1.000 Euro Provision, hey, mach, dass du Land gewinnst. Der hat sich nicht mehr gemeldet, ja. So, und deswegen sage ich, Passive Income. Der hat zweieinhalb Jahre der Passive Income gehabt und danach auf jeden Fall nichts mehr. Ja, das heißt, es bedeutet nicht, dass es permanent ist. Das heißt, ich muss ständig auch auf der Suche sein und aktiv sein, um zu schauen, wo finde ich weitere Einkommensströme, durch zum Beispiel meine Investition, durch den Businessaufbau, etc. Ja, ich möchte euch einfach schützen, wenn ihr mal in die Situation kommt, wirklich Einkommensströme zu generieren, wo ihr jetzt aktiv nichts dafür, aktiv nichts mehr machen müsst, ja. Ja, was aktiv gemacht, habe ich ja. So, dann bitte nicht darauf ausruhen, ja, weil es, ihr müsst euch vorstellen, ein satter Tiger, satte Tiger oder satte Löwen jagen nicht, ja. Und der an dem Spruch ist echt was dran. Und wenn ich jetzt in eine Komfortzone reingehe und nicht mehr aktiv was mache, weil alles wunderbar läuft, ja, Komfortzone, Nokia, bestes Beispiel. Nokia war absoluter Branchenführer. Und wer hat heute noch ein Nokia-Telefon von euch? Wahrscheinlich niemand. Die haben es einfach verpasst und dann denken manchmal wirklich, die Global Player denken, ja, uns kann eh keiner kaputt machen. Das ist nicht der Fall. Wenn ein neues Unternehmen hungrig ist, wenn die gute innovative Ideen haben und auch ständig Brainstorming machen, was für Probleme gibt es, was lösen die nicht so gut, was können wir lösen, dann gibt es Menschen, die wechseln einfach, ja. Und das kann passieren in jeglicher Hinsicht, egal was du machst, ob du aktuell Angestellter bist, ja, musst du schauen, ist dein Unternehmen auf Wachstumskurs oder in welchem Level bewegen die sich. So, jetzt kommen wir mal auf folgende Situation. Und da möchte ich euch bitten, kurz eine wichtige Notiz zu machen. Und zwar, schreibt mal bitte kurz auf, und zwar die Höhe deines Einkommens. So, schreibt das mal auf, wie hoch ist aktuell dein Einkommen? Ja, das ist wirklich wichtig, dass du weißt, wie viel Einkommen hast du denn überhaupt, ja. Ich möchte nämlich gleich kurz was erklären. So, die zweite Frage ist wichtig und zwar, was ist die die Quelle des Einkommens? So, was ist deine Haupteinkommensquelle? Ist es beim Selbstständigen beispielsweise aus der selbstständigen Tätigkeit, ja. Bei dir als Angestellter beispielsweise, ja, du bekommst ein Gehalt, das heißt, jeden Monat gibt es Gehalt, ja. Was ist die Hauptquelle deines Einkommens, ja, das ist wirklich wichtig, dass man mal sieht, okay, wie hoch ist mein Einkommen? Und prozentual, wie hoch ist jetzt die Hauptquelle meines Einkommens? Wenn jetzt jemand sagt, ja, was stellt der Tobias so dumme Fragen? Ich bin Angestellter, ich verdiene jeden Monat 1800 netto, 25 netto, 1400 netto, 5000 netto. Also, ich habe sonst kein Einkommen, was soll ich noch ein anderes Einkommen haben? Dann ist die Hauptquelle, dann ist 100% deines Einkommens, also die Höhe deines Einkommens ist 100% eine Quelle, ja. Und die Quelle ist wichtig, weil es gibt ja vier Arten von Einkommen, ja, da gehen wir jetzt gleich drauf. Ist da ein Magnet drin? Ja, okay, das ist so. Ich denke mal so, gleich fliegt mein Kugelschreiber weg. So, das ist ganz wichtig. So, der Unternehmer beispielsweise sagt, okay, ich habe ein Unternehmen, das ist meine Haupteinkommensquelle, ist das, aber ich habe beispielsweise noch hier ein Business am Laufen, da noch ein Business, ich habe so zwei, drei Business-Modelle. Ja, das ist ja auch so eine ganz, ganz direkte Frage, wenn jemand ein Gastronom ist, dann muss der sich ja mit der Zeit auch mal die Frage stellen, welche Gerichte performen denn richtig top? Ja, wo kommt das Hauptgeld rein? Bei welchem Gericht ist meine größte Gewinnspanne? Habe ich das vernünftig kalkuliert in Prozent oder einfach nur, ja, das Gericht kostet 11,90, mein Einsatz sind 6,90. Ja, dementsprechend jetzt mein anderes Gericht sind 15,90 Euro und mein Einsatz sind 11,90. So, jetzt ist die Frage, wo macht der mehr Gewinn? Wo macht der mehr Gewinn? So rechnen manche. Jetzt sagt der eine oder andere, ja, was gibt es da falsch zu rechnen? Ja, ganz normal. Bei 6,90 Euro Einsatz auf 11,90 Euro ist meine Gewinnspanne höher als bei 15,90 mit 11,90. Es ist zweimal vier Euro. Vier oder fünf Euro, ja. So, aber ich muss alles in Prozente rechnen. Ja, alles in Prozente rechnen. Ja, das ist ganz, 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 ganz entscheidend. Ja, so, also oder ganz einfach gerechnet, ich habe 5 Euro Einsatz, verkaufe ein Gericht für 10 Euro, ist meine Gewinnspanne 100%. Wenn ich jetzt ein Gericht habe für 15 Euro und mein Einsatz sind 10 Euro, dann ist meine Gewinnspanne nur 50%. Ja, also, was sollte ich dem Kunde anbieten, das für 15 Euro oder das für 10 Euro? Na, ist jetzt die Frage, will ich mehr Umsatz oder will ich mehr Gewinn? Ja, das ist ganz, ganz entscheidend, weil Umsatz nicht gleich Gewinn. Und da verstehen viele schon allein die Mathematik und Prozentrechnen, das finde ich immer fatal. Wenn ich ein Unternehmen aufbauen will, dann sollte ich das auf jeden Fall beherrschen. Ihr könnt ja mal gerne reinschreiben, Quelle des Einkommens, also A, wie viele Quellen, würde mich sehr interessieren, macht bitte mal mit. Wie viele Einkommensquellen habt ihr denn aktuell? Ja, wie viele Einkommensquellen habt ihr mal aktuell? Wo wirklich monatlich Geld reinkommt. Ja, monatlich kommt Geld rein. Wie viele Einkommensquellen? So, bin ganz gespannt. Wie viele Einkommensquellen habt ihr? Aktualisiert nicht, gell? In den Kommentaren, oder? Das schreibt keiner. Kann auch sein, dass keiner schreibt. Oder die kalkulieren gerade alle durch. Wie viele Einkommensquellen habt ihr denn? Schreibt doch mal rein, bitte. So, dann mache ich, ich schreibe hier schon mal auf. Und zwar Vier Einkommensquellen hat die Tannusa, ja super. Fünf, das ist doch schon mal richtig stark, ja. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Also wenn man zwei, also mehr als drei schon mal hat, das ist richtig top. Ja, aber jetzt zeige ich euch gleich noch, was wirklich wichtig ist. Und zwar Vier Arten vom Einkommen. Die erste Art von Einkommen ist lineares Einkommen. Lineares Einkommen. Lineares Einkommen kann beispielsweise sein, ich bekomme ganz normal mein Gehalt. Ja, ich bekomme mein Gehalt. Als Selbstständiger, ich mache einen Deal und bekomme immer die gleiche Provision. Linear heißt nicht unbedingt, dass es immer gleich ist, auch wenn wir das damit verbinden würde. Sondern lineares Einkommen bedeutet, es kann auch zum Beispiel ein Selbstständiger, kann in einem Monat 5.000 verdienen, in einem 10.000, ja. Oder ein Staubsaugervertreter, ja. Der verkauft halt in einem einen, verkauft er 10, ähm, einen Staubsauger. Nächsten Monat hat er mal richtig Gas gegeben, verkauft er 20. Ja, das bedeutet, dann hat er einmal 5.000 verdient, einmal 10.000. Das ist trotzdem lineares Einkommen, ja. Außer er schafft es mal, Provisionssätze zu erhöhen, weil es abhängig ist von der, von der Leistung, von der Arbeitskraft, ja. Es gab bei mir auch, zu Zeiten, wo ich die Hauptagentur hatte, im Versicherungsbereich, gab es Monate, da habe ich 5.000, 6.000 verdient und manche Monate 15.000, 18.000 oder 20.000, ja. Aber ich bin ja ganz alleine im Hamsterrad gerannt. So, das heißt, es war immer abhängig von meiner Arbeitsleistung. Und ich möchte euch eine ganz ehrliche Geschichte erzählen, wann ich das erste Mal gemerkt habe, dass ich wirklich echt pleite bin, ähm, obwohl, um das wichtig zu verstehen, obwohl ich richtig gutes Geld verdient habe. Das heißt, ich habe mit 22, ich habe mit 23, habe ich sechsstellig im Jahr verdient, also round about 120.000. Es sind 10.000 Euro im Monat, das ist ja für jetzt 23, ist das ja auch nicht so schlecht, ja. So, und ich hatte aber einen sehr hohen Fixkostenapparat. Ich hatte zu dem Zeitpunkt vier Fahrzeuge, alle geleast und finanziert. Ich hatte eine Penthouse-Wohnung, zwar eine kleine, aber trotzdem, das konnte man alles gut so managen. Ich habe viel Geld ausgegeben. Ich bin im Jahr 50.000, 60.000 Kilometer zu Kunden gefahren und ich hatte keinen Mitarbeiter, ich hatte keinen Geschäftspartner. Das heißt, ich habe nur Zeit gegen Ergebnisse getauscht und das halt auf einem relativ guten Level. Ja, das heißt, in Anschein nach außen haben alle gedacht, Mann, der Tobias muss ja finanziell richtig gut gehen. Ja, und mir ging es immer gut, wenn 10 reinkamen, mein Fixkostenapparat war 6,5, dann wusste ich, okay, für Steuer, ich habe ja noch 3,5 übrig. Wenn es dann aber mal nur 6.000 waren, dann habe ich ja schon wieder angefangen zu schwitzen. Ja, das heißt, von Monat zu Monat musste ich schwitzen. Und jetzt ist Folgendes passiert. Ich bin heimgekommen eines Tages und habe die Wohnungstür aufgeschlossen und die ganze Wohnung stand komplett unter Wasser. Also ich bin im Eingang, habe schon gemerkt, hey, was läuft da Wasser raus? Die ganze Wohnung stand unter Wasser. Und dann ist Folgendes passiert. Ich habe geguckt, wo kommt das Wasser her? Ja, also man kann sagen, das war mal so richtig Passive Income in Form von Wasser. Das kam immer rein und dann muss ich ja gucken, wo kann ich das stoppen? Und zwar ist so ein Haupthahn unter der Spüle ist irgendwie gerissen und da war das Wasser nicht abgestellt und dann ist da das Zeug rausgelaufen ohne Ende. So, dann habe ich das versucht erst mal zu stoppen. Das habe ich dann einigermaßen hingekriegt. So, dann bin ich ins Wohnzimmer gerannt und da hatte ich so ein Aquarium und da habe ich gesehen, dass die Steckdosenleiste im Wasser liegt. Also das Wasser war circa so hoch und war alles, ach Gott, so viel zerstört. Dann habe ich gedacht, oh Kacke, bevor jetzt da die, die Fische sterben im Aquarium wegen dem Strom war ich tatsächlich im Affekt so clever und stand im Wasser und nämlich die Steckdosenleiste habe ich aus dem Wasser angelangt und hochgenommen. Und da habe ich natürlich einen Stromschlag bekommen. Hätte ich in Physik einfach mal besser aufgepasst. So, und dann hat es richtig geknallt. So, dann habe ich erst gedacht, oh mir geht es doch noch ganz gut. War dann aber nicht der Fall, als ich gemerkt habe, mein ganzer linker Arm wurde taub und die linke Seite hier, das hat alles hier reingezogen. Ich habe Herzschmerzen bekommen und dann bin ich ins Krankenhaus. Dann war ich 24 Stunden an der Telemetrie angeschlossen und war halt im Krankenhaus, wurde überwacht und haben gesagt, boah, sie haben richtig Glück gehabt, es ist okay und sie können wieder heim. Aber, ich war zwei Wochen echt außer Gefecht gesetzt, weil ich ständig, wenn ich was gemacht habe, habe ich Herzflimmern bekommen, so wie Herzrhythmusstörungen und mir ging es echt überhaupt nicht gut. Und dann habe ich zwei Wochen lang keinen Umsatz gemacht. So, jetzt rechnen wir mal, ich habe 10.000 Euro im Monat verdient, zwei Wochen keinen Umsatz. Dann, wenn man den gleichen Umsatz macht, sind es halt nur 5.000, aber 6.000 Euro, 6.500 Euro Fixkosten im Monat. Ja, Scheiße. Das heißt, ich bin in ein Hamsterrad rumgerannt und da habe ich gemerkt, ey, verdammt nochmal, ich bin eigentlich pleite. Ja, ich habe es nur nie gesehen. Ich bin aber eigentlich von Monat zu Monat oder halt mal ein Monat mal Überschuss, dann ein bisschen weniger. Ich war von Monat zu Monat, hat eigentlich der Pleidegeier die ganze Zeit gekreist. Warum war das so? Weil ich nur Zeit gegen Ergebnisse, damit auch Zeit gegen Geld getauscht habe. Ich war fleißig, habe gutes Geld verdient, aber ich hatte keine Reserven, ich habe 1.000 Euro im Monat zwar in Altersvorsorge-Sachen reingemacht, das war okay, zumindest mal 10%, aber da war ja gar kein Geld drin, weil da habe ich zwar ein Tausender reingepflastert, drei Jahre lang, aber da war nichts drin. Rückkaufswert Zero. Zero. So, also hatte ich keine Reserven. So, wäre das Finanzamt mal richtig gekommen und hätte mich aufs Kreuz gelegt, hätte es mich richtig, richtig zerlegt. Und da habe ich das erste Mal verstanden, ich habe lineares Einkommen, ich habe keine residualen Einkommensströme, keine passiven Einkommensströme, keine Cashreserven, keine Nettovermögen und vor allem auch kein skalierbares Einkommen, weil es immer nur von mir als Person abhängig ist. Und das ist das Gefährlichste. Wenn du heute Angestellter bist, dann ist es auch immer abhängig von dir. Ja, also abhängig von deiner Arbeitsleistung, dass du Geld bekommst und gleichzeitig noch von dem Unternehmer, dass der dich immer bezahlen kann. Und im Zuge von Corona und Lockdown und Kurzarbeiterzahlen sollte jedem mittlerweile bewusst sein, dass es von heute auf morgen massive Einschnitte in das Leben geben kann. Und wenn einer oder du jemanden kennst, der Kurzarbeiter ist und kriegt jetzt nur 60 oder 67 Prozent von seinem letzten Einkommen, dann hat der auch jetzt wahrscheinlich massive Probleme und muss Sachen auflösen. Deswegen lineares Einkommen extrem schlecht. Extrem schlecht. So, das Zweite ist, im Englischen sagt man jetzt Leverage Income, das heißt gehebeltes Einkommen. Also ich sage einfach hier Punkt, 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 Punkt. Dann versteht man das. Lineares Einkommen, gehebeltes Einkommen. Gehebeltes Einkommen ist relativ einfach zu verstehen. Das funktioniert entweder als Unternehmer, indem man Mitarbeiter hat und kann seine Arbeitskraft multiplizieren, dass jemand das übernimmt. oder ich habe Systeme, die meine Arbeitskraft übernehmen. Das beste Beispiel für gehebeltes Einkommen, als ich das mal verstanden habe, ist bei uns 2012 passiert. Also, dass man das auch nachvollziehen kann, ich habe bis zum Jahre 2012 immer vereinzelt mein Leverage gehebeltes Einkommen gehabt, durch Vertriebspartner und an Vertriebspartner profitiert, aber das war nie so meine große Stärke. Ich war immer selber sehr fleißig, habe sehr gute Quoten gehabt, aber ich war nie fähig, große Teams und so aufzubauen. Da hatte ich einfach Schwierigkeiten mit, mit der Betreuung. Ich hatte da immer Spaß dabei, das war immer so mein Traum, aber ich habe das trotzdem nie so skaliert bekommen, dass ich von denen auch irgendwie profitiere. Ja, so, war einfach auch ein Mindset-Problem. So, dann, 2012, als ich dann einen richtigen Tiefschlag erlitten habe und mein Nettovermögen verloren habe, saß ich dann mit meinem besten Freund im Büro zusammen und wir mussten schauen, okay, wie können wir unsere Arbeitskraft oder, ich sage mal, unsere Informationen in der Form zur Verfügung stellen, dass wir nicht immer Termine machen müssen und müssen immer das Gleiche erzählen. Also haben wir angefangen mit Online-Marketing. Das heißt, ich habe mir damals die Arbeit gemacht und habe Cashflow-Tipps geschrieben. Und diese Cashflow-Tipps haben wir über eine E-Mail-Marketing-Software an die Leute versendet. Das heißt, die haben sich eingetragen und haben die Infos gekriegt. Ich musste also keine E-Mails einzeln versenden oder Leute anrufen. Nein, die haben das bekommen. Ja, das heißt, ich habe diesen Arbeitsschritt schon mal gehebelt. Das war das Erste. Das Zweite war, wir haben Webinare gemacht. Im Webinar ist natürlich toll, du fährst nicht zu einem Termin, sitzt vor ein oder zwei Personen und erzählst immer das Gleiche, sondern ins Webinar können 10 Leute, 20, 50 Leute rein. Im ersten Webinar durch einen sehr guten Internet-Marketing haben wir ein Webinar, ich weiß noch ganz genau, im Juli 2012 hatten wir 251 Leute im Webinar. Das heißt, ich habe 45 Minuten eine Sache erzählt, 251 Leute haben die Message bekommen. Und damit konnte ich natürlich skalieren. Jetzt war die einzige Problematik, jetzt wollen, wollten immer mehr Menschen natürlich danach eine Beratung haben. Ja, jetzt, ich kann ja mit keinem 100, 200 Leuten innerhalb von einer, zwei Wochen Telefon-Coachings machen oder Beratungstermine. Also haben wir erst mal Telefon-Coachings eingeführt oder Zoom-Calls, dass wir das Ganze digital machen, weil da kamen Kunden aus Hamburg, aus Linz, aus Wien, aus der Schweiz, aus Lugano, vier, fünf, 600 Kilometer weg. Also das wäre nicht möglich gewesen, dort hinzufahren oder sich zu treffen, das hätte so viel Zeit gekostet. Also haben wir das gehebelt. Und der große Durchbruch, der aller, aller große Durchbruch, wo man wirklich von Leverage sprechen kann und ich liebe ja Grant Cadone mit seinem 10x, weil wir von 2012 auf 2013 wirklich 10x gemacht haben. Wir hatten im Jahr 2012 einen Umsatz von etwas mehr als 5 Millionen Euro an vermitteltem Investitionskapital und 2013 haben wir durch die Einführung dieses Videokurses, wo ich dir wirklich ans Herz legen möchte, wenn du das noch nicht gesehen hast, Wohlstandskanzlei.de Lukas schickt es später eh nochmal rein, haben wir diesen Videokurs auf die Beine gestellt mit einem kompletten Backoffice-System hintendran für unser Controlling und damit habe ich gesagt, ich habe 70 Minuten Content, drei Teile über Money Management, finanzielle Bildung, Insider-Informationen und die Anlagestrategie der fünf reichsten Menschengruppen und somit muss ich keinem einzigen Mandanten mehr im Termin erklären, was wir machen. Ich sage nur noch, schau bitte den Videokurs an und wenn die Leute sich das anschauen und sagen, hey, das ist absoluter Top-Mehrwert für mich, wenn ich das umsetze, zahlt es sich für mich in bare Münze aus, aber ich brauche jemanden, der mir dabei hilft, weil ich einen Mentor brauche, der mich unterstützt, das überhaupt umzusetzen, alleine bekommt man das oftmals nicht hin. So, und wenn ich dann 70 Minuten gesehen habe, kann ich hinten klicken, ich möchte eine Beratung und damit haben wir es geschafft, den Umsatz von 5 Millionen Umsatz auf 50 Millionen in einem Jahr 2013 hoch zu skalieren. Das heißt, man kann hier ganz klar sprechen von gehebeltem Einkommen. Und jetzt kamen zwei Faktoren dazu und das ist ganz interessant. Wir haben einmal diese Hebelung geschafft durch ganz viele digitale automatisierte Prozesse, die uns viel Zeit gespart haben und gleichzeitig kamen natürlich immer mehr Geschäftspartner oder Leute aus der Finanzbranche auf uns zu, die gesagt haben, hey, den Videokurs ist der Hammer, kann ich den auch irgendwie nutzen? Sag ich, klar, du kannst den nutzen, wenn du bei uns Partner bist, weil dann hast du ein tolles Portfolio noch an der Hand. Und damit haben wir das erste Mal auch noch besser Vertrieb aufgebaut. Das heißt, wir haben Vertriebspartner aufgebaut durch die Digitalisierung, durch die Hebelung und dann kann man sagen, wir haben vielleicht 500% Steigerung gehabt durch den Videokurs und halt 500% deswegen Verzehnfachung durch die neuen Vertriebspartner und damit sind viele, viele Mandanten entstanden und heute haben wir Mandanten in 19 Ländern und das ist natürlich richtig cool. Jetzt sind wir gerade dabei, auch wieder das Geschäftsmodell zu hebeln, indem wir neue Geschäftspartner einstellen. Wir haben Online-Ausbildungsakademie, Berlin, wir haben die Online-University und wir haben gesagt, hey, der deutschsprachige Raum ist toll, aber wenn wir doch jemanden haben in 19 Ländern und das Konzept weltweit umsetzbar ist, können wir das doch weiter hebeln. Das heißt, das E-Book wurde ins Englische und Spanische übersetzt, der Videokurs wurde ins Englische und Spanische übersetzt, ist jetzt noch nicht online, wird auch nochmal neu im Mini-Videokurs abgedreht, aber damit können wir in drei Sprachen, sprich Englisch, Spanisch und Deutsch, den Weltmarkt komplett erobern und können weiter hochhebeln. Weil mein Ziel ist es, im Jahr mindestens im deutschsprachigen Raum 15.000 Mandanten abzuwickeln in die finanzielle Unabhängigkeit, finanzielle Unabhängigkeit zuzubringen, dass die wissen, was ist das, wie kann ich es schaffen, wie komme ich dorthin mit unseren ganzen Systemen und damit können wir realisieren, einen Jahresumsatz, ja das ist immer sekundär, ja das ist auch wichtig zu verstehen. Ich mache das Business, weil ich einen Value schaffen will, nicht wegen dem Umsatz, ja. Wenn ich Value schaffe, kommt Profit von alleine, ja. Wenn wir aber viele, viele Menschen helfen, unterstützen und das mit ethisch nachhaltigem, mit einer Strategie, dann ist es auch in Ordnung, dass man damit Profit macht. Dann kommen wir in eine Richtung von 750 Millionen Euro Jahresumsatz, ja und das ist die Benchmark, die wir uns als nächste Zielsetzung für die nächsten zwei Jahre gesetzt haben. So, dann, also, das gehebelte Einkommen, denke ich, ist soweit erklärt, ist klar, das heißt, ich kann das mit Personen und mit Systemen schaffen, dass ich es skalieren kann, anders ist nicht möglich, ja, sonst muss ich immer das gleiche machen und tausche Zeit gegen Geld. Und jetzt haben wir passives Einkommen. Das ist ja das, wo viele immer sagen, das will ich. Ich bin auch ein Freund von passiven Einkommen, ja, ein absoluter Freund von passiven Einkommen, aber mein Kerngeschäft und mein größtes Einkommen aktuell, ja, beziehungsweise sagt man gleich noch, ja, ist, ist auf jeden Fall das gehebelte Einkommen, ja. Passives Einkommen bedeutet, ich kriege durch immer wieder neue Bestellungen von, zum Beispiel, wenn du im Network bist, durch neue Bestellungen von Kunden, kriegst du immer deine prozentuale Beteiligung. Wenn einer nicht mehr bestellt, fällt sie weg. Wenn die immer weiter bestellen, weil die Produkte gut sind, tipptopp, alles im grünen Bereich. Ja, das sind zum Beispiel Bestandspflegeprovisionen, das sind zum Beispiel, wenn du irgendwas geschaffen hast, ein Buch oder irgendwas, ja, durch die Systeme, wenn du immer wieder Quotagen oder Tantien, Tantien oder irgendwas bekommst, ja. Wenn, wenn Michael Jackson, ich glaube, Michael Jackson verdient heute immer noch genug Geld, obwohl er nicht mehr lebt, ja, weil er so viele CDs aufgenommen hat, Streams, Spotify, GEMA- Gebühren und was es halt alles gibt und dadurch entsteht passives Einkommen. Passives Einkommen ist auch, wenn ich investiere in ein Projekt und da nichts mit zu tun habe, habe einmal das Invest als Geldgeber getätigt und bekomme dadurch passive, residuale Einkommen Ströme. Ja, wir haben ja zum Beispiel auch sehr, sehr interessante Cashflow Investments, die wir vermitteln, wo man wirklich selber als Kunde und Investor nichts machen muss. Ich investiere, freue mich über die Erträge und habe dadurch passives Einkommen und das ist auch richtig cool, definitiv. So, das vierte ist, man spricht im Englischen von Windfall, Windfall Income. Was ist Windfall? Ja, Glücksfall, ja, also Glücksfalleinkommen. Glücks, ah, hier fehlt noch ein C, Glücksfalleinkommen. So, das macht wahrscheinlich den geringsten Teil aus, ja, das ist zum Beispiel ein Lotto-Gewinn, jemand stirbt, ich kriege eine Erbschaft, ja, man lässt sich scheiden und der eine, der Partner, Lebenspartner, Ehepartner hat richtig Kapital und ich kriege was, Glücksfalleinkommen ist zum Beispiel, du hast Bitcoins gekauft 2009, weil dir irgendeiner erzählt hat, kauf mal so ein Bitcoin, ja, und hast den gekauft für 10 Cent und dann ist er jetzt halt auf 8500 Euro. Das sind Glücksfälle, ja, so, das Thema ist, Glücksfälle lassen sich in der Regel nicht reproduzieren, weil ich habe noch nie ein Coaching gesehen, wie einer sagt, ich zeige dir, wie du Lotto-Millionär wirst, weil ich kann dir genau zeigen, wie man Sex richtig gesetzt. Ich habe es selber auch geschafft. Okay, ja, buch bei dem ein Coaching und dann ist das Geld auf jeden Fall weg, ja, weil, dass man zweimal hintereinander im Lotto gewinnt, ja, das ist so realistisch, wie beim auf dem Klo, wenn man beim Aktion machen ist, vom Blitz getroffen zu werden, ja, das passiert einfach nicht. Chance 1 zu 140 Millionen, ja, es ist sogar realistischer, auf dem Arbeitsweg dreimal vom Blitz getroffen zu werden, ist realistischer als ein Sechser mit Zusatzzahl im Lotto zu gewinnen. Trotzdem gibt es Leute, die gehen ins Casino, gehen an, spielen Blackjack, spielen Roulette, einarmiger Bandit, ja, also ich glaube, ich bin aktuell der oder was heißt der einzige, ist ja Quatsch, ich bin derjenige, der geht ins Casino mit einer Strategie bei Roulette und ich habe bisher mehr Geld gewonnen, als das ich verloren habe, aber nicht, weil ich auf dem Glücksprinzip hoffe, sondern weil ich mit einem Strategie, mit einer Strategie, einem ganz klaren Konzept da dran gehe, ja, die meisten wollen ja nur zocken, also Glücksfalleinkommen ist natürlich ein Fall. So, und jetzt würde ich mal vorschlagen, jetzt nimmst du dein Einkommen, was aktuell reinkommt und vielleicht habt ihr das notiert, also lineares, ganz normal, ganz normales Einkommen, wo du Zeit gegen Geld tauscht, gehebeltes, wo du wirklich profitierst von Mitarbeitern oder von Systemen, was ohne großes Zutun skalierbar ist, passives, wo du gar nichts dafür machen musst, du musst gar nichts machen und es kommt ständig Cash, ja, also zum Beispiel Kindergeld ist auch kein passives Einkommen, ja, weil, wenn du Kinder hast und du dich drum kümmern musst, dann ist das eigentlich eine ganz, ganz schlechte Bezahlung, dass man Kinder hat, das reicht never ever, ja, mache ich demnächst noch ein Video. Und was ist Glücksfalleinkommen, ja, zum Beispiel, Glücksfalleinkommen müsste man eigentlich auch sagen, das ist natürlich kein Glück, ja, aber ich war ja selber auch davon betroffen, wenn es Witwenrente gibt oder du kriegst Waisenrente, ja, weil dein Elternteil gestorben ist, ja, das ist gestorben, ist kein Glück, das ist dann eigentlich Pech, Pecheinkommen, ja, und es kommt halt residual, aber auch nicht permanent, ja, so, nur noch mal ganz wichtig. So, jetzt, wenn man jetzt diese vier Einkommen nimmt, zack, ich habe hier diese Linie und mache hier einmal Linie, passiv, beziehungsweise machen wir wirklich die Dings richtig, Linie, gehebelt, passiv und Glück. Und du sagst hier oben, ich generiere aktuell 2.000 Euro pro Monat, ja, so, wie viel davon, ja, ich würde es euch wirklich empfehlen, auch selber einmal aufzuschreiben. Und jetzt gab es ja 1, 2, 3, 4, die haben ja geschrieben, ich habe drei Einkommensquellen, fünf Einkommensquellen, etc., pp. Und jetzt muss ich schauen, jetzt kann man natürlich sagen, in der Regel, wenn jemand 2.000 Euro im Monat hat, kann man sagen, linear sind etwa 80%, wahrscheinlich mehr sogar, ja, 80%. Dann kann, sagt er vielleicht, okay, ich habe noch gehebelt 15%, weil ich beispielsweise nebenbei bin ich im Network Marketing, okay, ich bin im Network Marketing, ich habe da ein kleines Team aufgebaut, 2, 3, 4, 5, 10, 20 Geschäftspartner, da engagiere ich mich neben der Arbeit, mein Zahleneinsatz sind 10, 15% und ich partizipiere oftmals an Einkommen, das durch mein Team entsteht. Und das Schöne ist, ich habe ein paar richtig tolle, zufriedene Kunden, die bestellen bei dem Produkt immer nach und dementsprechend habe ich 5% passives Einkommen. Bedeutet im Klartext, 5% von 100 Euro ist, 5% von 100 Euro sind logischerweise 100 Euro, dann sind es 100 Euro passiv, 300 Euro gehebelt und der Rest sind logischerweise 1600, 1600 Euro sind linear. So, wenn deine Verteilung ähnlich ist aktuell, dann ist das alles schön und gut. Nur, was wirklich wichtig ist, wie es besser aussehen könnte in der Zukunft ist, wenn ich es schaffe, die Verteilung hier hin zu bekommen. Das heißt, gehebelt 80% und passiv, beispielsweise 20%. So, das ist cool, weil sobald du gehebeltes und passives Einkommen hast, spricht man von sogenanntem Fuck-You-Money. Meint es genau so. Warum Fuck-You-Money? Weil du in eine Situation kommst, dass du das machen kannst, was du willst. Dass du zu jedem, der dir in die Quere kommt, der dich volltextet und sagt, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Warum werden den Menschen selbstständige Unternehmer? Genau, weil sie sagen, ich will nicht mehr das, was mir jemand sagt, dass ich das machen muss. Ja, und das ist ganz wichtig. So, deswegen 80-20-Verhältnis, ja, Pareto-Prinzip. Wenn ich hier auf 30-40 komme, ist auch alles cool. Ja, aber 20% werden hier schon mal 400 Euro passiv. Das ist ein Nebenjob, wo manche wirklich nebenbei hart dafür arbeiten gehen. Und ich kann das ja skalieren, nach oben spielt ja keine Rolle. Die einzige Möglichkeit, das hier zu erhöhen, das hier zu erhöhen, ist gehebeltes Einkommen. Gehebeltes Einkommen, indem ich Business aufbaue, Network-Marketing- Strukturen aufbaue, automatisierte Prozesse aufbaue. Ja, damit kann ich das Ganze hebeln. Ja, das ist relativ einfach. Nur dazu muss ich einmal relativ harte Arbeit auch einsetzen. Ja, so, ich muss vielleicht einen Prozess, der immer wieder kommt, den ich ständig mache, muss ich aufschreiben, dokumentieren. Ja, so ist ja auch der Videokurs entstanden. Ja, irgendwann habe ich gesagt, okay, ich mache den Videokurs. Das war auch Arbeit, das zu machen. Aber eine einmal getätigte Arbeit, gehebelt, skalierbar, immer mehr Geld verdienen, indem mehrere den Nutzen mehr draufgehen oder er besser vermarktet wird oder öfter vermarktet wird. Und passives Einkommen ist tatsächlich hauptsächlich, im Business ist das überhaupt nicht möglich. Ja, es ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Im Business ist das überhaupt nicht möglich, passives Einkommen zu erzielen. Passives Einkommen kannst du hauptsächlich als Investor erzielen durch Cashflow-Projekte. Ja, und ich möchte kurz mal noch drei Mythen kurz aufklären oder aufzeigen. Der erste Mythos, warum so viele Menschen überhaupt passive Einkommenströme haben wollen, ist finanzielle Freiheit. Das ist der Hauptgrund, warum Menschen sich sehnen, passive Einkommenströme zu erzielen. Ja, weil dann werde ich finanziell frei. So, die erste Frage ist schon mal, wann bist du finanziell frei? So, wann bist du finanziell frei? So, das kann schon die meisten können es gar nicht beantworten. Ich erkläre es in der Cashflow Academy, ja, wo ich dich auch gerne herzlich einlade zum 28.06. Den ganzen Tag Content hier direkt live aus dem Studio, du musst nirgends hinfahren, kein Hotel. Da erkläre ich genau diese Formel dazu. Trotzdem, auch der Mythos finanzielle Freiheit ist der, dass Menschen denken, wenn ich passive Einkommenströme habe und finanziell frei bin, dann muss ich nicht mehr arbeiten. Ja, nur sind wir mal ehrlich, also ich bin so, ich will das machen, bis ich 100 bin. Warum? Weil es für mich gar keine Arbeit ist, weil ich ja einen Mehrwert stiften möchte. Ja, schaut euch mal die ganzen Reichen an, die Milliardäre. Ein Warren Buffett, wie alt ist der jetzt mittlerweile? 83? Der arbeitet jeden Tag. Jeden Tag arbeitet er. Müsste der noch arbeiten als dritt oder viertreister Mensch der Welt? Nein! Ja, ein Elon Musk, ein Jeff Bezos. Ja, ein Mark Zuckerberg? Ja. Ne, habe ich nicht. So, ein Carlos Slim. Egal, diese ganzen Top-Milliardäre, der Zara-Gründer, ich weiß gar nicht, wie der heißt, die müssen nicht mehr arbeiten. Die sind alle finanziell frei. Manche Hollywood-Stars, die 50, 100 Millionen im Jahr verdienen. Und Dwayne The Rock Johnson als bestbezahlter Schauspieler der Welt. Ja, es gibt Unternehmenschefs, die sind so reich. Oder auch ein Mack, ja, vom Europapark. Ja, muss der arbeiten? Nein, aber hey, wisst ihr, in der Corona-Zeit ist der den ganzen Tag in dem scheiß Europapark rummarschiert und hat geguckt, was machen wir? Wie bereiten wir uns vor? Was ist die Strategie? Wenn wir den Europapark wieder öffnen? Ich habe viel über ihn gelesen, fand es super beeindruckend. Und der muss auch von seinem Alter und von seinem Vermögen, er muss nicht mehr arbeiten. Er könnte auch sagen, was interessiert mich denn Corona? Hey, ganz ehrlich, jetzt ist der Park zu. Ja, bevor ich jetzt hier, ich kündige alle Mitarbeiter, Park war zu, ich bin Milliardär, ich schrotte doch nicht jeden Tag eine Million aus Eigenkapital, who cares? Nach mir die Waldfee, ja, oder sonst irgendeine Fee. Das machen die nicht. Warum? Weil sie etwas erschaffen. Weil sie sagen, ich will etwas erschaffen, wo die Welt verändert. Und dementsprechend finanzielle Freiheit in Verbindung zu bringen, ich muss nicht mehr arbeiten. Das Schöne ist, wenn man sagen kann, ich muss nicht mehr das machen, worauf ich eh keinen Bock habe. Das ist Freiheit. Das ist Sicherheit. Aber nicht, oh, ich brauche so viele Einkommensströme, dann muss ich nicht mehr arbeiten. Weil ich kenne niemanden, der das, was er macht, der das liebt, der sagt, hoffentlich bin ich jetzt bald finanziell unabhängig, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Ja? Schau mal, ich habe zwei Jahre fast nichts gemacht. Und ich habe Vermögenswerte aufgebaut, wo ich auch viele, viele Jahre nichts machen müsste, weil diese passiven Einkommensströme, ach so, ich habe schon, weil die super sind. Ja? Nur, es kann ja nicht mein Traum und mein Ziel sein. Genau deswegen haben wir entschieden, so groß wieder aufzubauen. Weil 2017, 2018 ein Freund von mir da war und hat gesagt, Tobias, was war denn mal deine Vision mit dem Unternehmen? Was ist denn deine Zielsetzung? Willst du dich wirklich darauf ausruhen, dauernd irgendwelche Millionäre zu beraten, die eh schon reich sind, dass die noch reicher werden? Du bist schon ein egoistisches Schwein, hat er zu mir gesagt. Aber ich sagte, ja, wieso? Ich habe, nochmal, wie verdiene ich das Geld? Das ist wichtig. Mein Arbeitstag waren zwei, drei Stunden reelle Arbeitszeit. Überhaupt, ja? Und sonst habe ich mir auf Deutsch gesagt, ich bin mal kurz so leger die Eier geschaukelt. Und meine Geschäftsfreunde Mauck sagten, ja, du machst ja echt gar nichts. Du machst ja echt gar nichts. Du bist echt eine faule Socke. Und da habe ich gesagt, ja, das stimmt, das ist echt blöd. Das hatte natürlich den Hintergrund, weil da mein Sohn geboren wurde und ich früher so viel gearbeitet habe, dass ich meine Tochter relativ wenig gesehen habe. Und da habe ich gesagt, ich möchte das, wenn mein Sohn auf der Welt ist, möchte ich es einfach anders machen. Ich möchte den aufwachsen sehen, ja? Zwei, drei Jahre. Dann habe ich wenig gemacht. Aber trotzdem, das, was ich mache, das liebe ich. Auch jeden Donnerstag, ob Feiertag ist, ob egal, wie schnell die Welt sich dreht, freue ich mich, wenn Feedback kommt, egal, wie viele Leute im Call drin sind, die sagen, hey, geil, es hat mir was gebracht. Ja, deswegen, finanzielle Freiheit ist nicht das Ziel, sondern es geht viel mehr. Und es ist auch kein Schutz, wenn ich passive Einkommensströme habe, weil wenn die wegbrechen, dann bin ich plötzlich nicht mehr finanziell frei. Dann muss ich wieder suchen. Das heißt, ich brauche, das Ziel sollte sein, finanzielle, ich schreibe es nicht hin, finanzielles Selbstbewusstsein und Überzeugung. Warum? Wenn ich einer Person jetzt zeige, wie sie finanziell frei wird, aus passiven Einkommensströmen, jetzt brechen die weg, schafft er es jemals wieder finanziell unabhängig zu werden? Ja, schwierig. Das heißt, das Ziel muss sein, Leverage Income, wie kann ich ein Businessmodell skalieren, wie kann ich Fähigkeiten bekommen, wie ich immer wieder Geld verdiene, wie ich ein Unternehmen aufbaue, wie ich Strukturen aufbaue, wie ich Systeme installiere, damit ich mein Einkommen immer wieder hebeln kann. Ich habe das Gespräch sehr oft, man fragt mich, wenn man dir alles wegnehmen würde, was du hast an Besitztümern, an Vermögen, an Reichtum, wie stark würde dich das treffen? Und dann muss ich sagen, aktuell überhaupt nicht. Warum? Ich habe 2012 alles verloren. Ich hatte Zeiten, wo es schwierig war. Es macht mir gar nichts, würde mir das ausmachen, weil was kann mir einer nicht nehmen? Das ganze Wissen, was ich angesammelt habe, meine rhetorischen Fähigkeiten, meine Art, mit Menschen zu kommunizieren, wie ich was erkläre, wie ich was beibringe, wie ich Systeme aufbaue, wie ich was coachen kann, wie ich Internet, Marketing, Social Media, wie ich es alles mache. Das heißt, so viele Fähigkeiten sind aufgebaut, mit denen ich ganz sicher, sogar wenn man mir alles wegnehmen würde, es schaffen könnte, innerhalb von 1,5 bis 2 Jahren sogar mehr aufzubauen, weil der Druck so groß wäre, als ich heute habe. Und deswegen habe ich da null Angst davor. Wenn du aber einer Person viel Vermögen an die Hand gibst und es kommen passive Einkommenströme und der weiß nicht, wie man Einkommen richtig großes aufbaut, Vermögen aufbaut, weil er immer davon abhängig war und auch nie ein Business aufgebaut hat, das ist wichtig. Ich spreche wegen dem Angestellten, wenn der jetzt investiert, er kann finanziell unabhängig werden. Aber wenn er nicht weiß, wie er ein Business aufbaut, ein Unternehmen skaliert und man nimmt ihm alles weg, dann ist er gescheitert, weil er kann nichts machen, außer das, was er gelernt hat, das, was wir in der Schule gelernt haben. In der Schule werden wir ausgebildet als Worker, als Arbeiter. Geh arbeiten, tausch Zeit gegen Geld. Niemals, wie du ein Unternehmen aufbaust. Und diese Fähigkeiten, sich zu vermarkten, etwas zu verkaufen, das sind die wichtigen Skills heutzutage. Der zweite Mythos ist, muss kurz gucken, ja, was heißt Mythos? Ich schreibe es mal hin, passives Einkommen. Ich schreibe es ganz provokant hin, passives Einkommen kennen Millionäre nicht. Jetzt wird der eine oder andere sagen, hey, was erzählt denn der Tobias jetzt einen für den Scheißdreck. In der Cashflow Academy sagt er immer, wenn ich das Einkommen habe oder passive Einkommen ströme, kann ich finanziell unabhängig werden. Ja, das stimmt. Was ich aber damit sagen will ist, wenn ihr alle, wie soll ich sagen, wenn ihr alle Interviews von diesen ganzen Reichen, von Millionären anschaut, wird dieses Wort passives Einkommen, wird daraus resultieren, nie fallen. Alle, die Unternehmen aufgebaut haben, also Unternehmen aufgebaut haben, ob das ein Bill Gates ist mit Microsoft, ein Jeff Bezos mit Amazon, die werden niemals sagen, hey, total entspannt, ich habe das Unternehmen aufgebaut, weil mein Ziel war passives Einkommen. Dieses Wort kennen die nicht, passives Einkommen. Die kennen nur gehebeltes Einkommen, wie man ein Unternehmen aufbaut und wie man immer mehr Geld verdient, wie man dann investiert und daraus resultierend Geld bekommt. Das ist ein schöner Nebeneffekt, aber das liegt daran, dass das Hauptvermögen nicht aus passivem Einkommen kommt. Ihr Ziel ist nie, hey, mein Ziel ist passives Einkommen, ja, sondern immer, wie kann ich einen Mehrwert stiften, wie kann ich immer innovativer, immer größer, immer besser werden. Da geht es auch nicht um Gier. Ja, manche sagen, ja, im Englischen sagt man, ja, he is greedy. Er ist so gierig und will immer reicher und mächtiger und wohlhabender werden. Das ist nicht unbedingt das Ziel. Sondern die meisten sagen, okay, wie kann ich durch immer bessere Leistungen, dass dann Menschen ein Sog entsteht, dass immer mehr Menschen auf den Zug kommen und die Produkte nutzen. Ja, in erster Linie steht der Nutzen im Vordergrund, hey, was kann ich tun, um die Welt zu verändern, ja, ich sag mal auf positiven Sinne jetzt. Ja, deswegen passives Einkommen kennen Millionäre nicht. Ja, die haben es zwar, aber das ist nicht in denen irgendein Vokabular und die Zielsetzung passives Einkommen zu generieren. Ja, so, mein Ziel ist auch hauptsächlich gehebeltes Einkommen zu generieren mit meinen Unternehmen. Und passives Einkommen ist wunderschön. Ich freue mich riesig, jeden Tag klingelt es bei mir mit irgendeiner Nachricht, E-Mail, mit PDF-Anhängen, ich habe da wieder Geld verdient, da, 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 da und habe nichts dafür machen müssen. Da freue ich mich drüber. Das ist Passive Income. Ja, aber ansonsten freue ich mich über das gehebelte Einkommen. Das Dritte, ganz zum Schluss, dann sind wir auch fertig soweit. Was hat die noch aufgeschrieben? Und zwar, ja, eigentlich, ja, passives Einkommen, ja, ich mache hier, passives Einkommen, Punkt, 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 macht dich reich. Also das passive Einkommen selber macht dich nicht reich. Ja, das passive Einkommen ist beispielsweise, und dazu muss man die Berechnung kennen, die erkläre ich in der Cashflow Academy. Du musst erst mal verstehen, wie viel Nettovermögen brauche ich denn jetzt, wenn ich investiere, um welche passiven Einkommenströme zu generieren. Wir nehmen mal ein ganz einfaches Beispiel. Dazu muss ich auch wissen, wie gut sind meine Fähigkeiten zum Investieren. Stell dir vor, du hast eine Million Euro, eine Million Euro, und du schaffst es, auf diese Million durch Investitionen 6% steuerfrei im Jahr zu erzielen. Das sind roundabout, wenn ich jetzt ein steuerpflichtiges Produkt hätte, 8%, also 6% steuerfrei. Dann hast du ein Jahreseinkommen an Zinsen von 60.000 Euro. Sind durch 12, sind 5.000. Mit 5.000 Euro passive Einkommenströme werden die meisten zumindest unabhängig. In der Form unabhängig, wenn das realisierbar immer kommt, können die ihre Fixkosten bezahlen. Strom, Gas, Telefon, Miete, Hobbys, kann man ein bisschen verreisen. 60.000 als solches ist aber nicht der Hit. 60.000 im Jahr, wenn wir Inflationen mal einkalkulieren, was alles in Zukunft kostet. Da kann ich ein ganz gutes Leben führen, aber nicht das Lifestyle-Leben, wie manche sich ja wünschen, wo sie denken, wenn ich finanziell frei bin. Wenn ich jetzt nicht so gut bin im Investieren, dann muss ich von der Million was abgrasen. Die meisten sind ja nicht mal fähig, 2-3% im Jahr überhaupt hinzubekommen. Das heißt, bei 2% werden es nur 20.000. Mit 20.000 kommt keiner über die Runden im Jahr. Also in der aktuellen Situation auf keinen Fall. Also habe ich einen Kapitalverzehr. Wenn ich eine Million rechne, durch 20 Jahre, und ich erziele gar keine Rendite, sind es 50.000 im Jahr, was ich ausgeben kann. 20 Jahre und dann muss ich auf jeden Fall vom Ableben Gebrauch machen, weil ich nicht mehr leben kann. Also muss ich erstmal lernen, richtig zu investieren, um mehr zu bekommen. Aber ich brauche erstmal die Million, damit ich das realisieren kann. Die ehrliche Frage ist, wie weit bist du aktuell von einer Million Nettovermögen weg? Und wenn dann ich hochrechne, hey, pass auf, du brauchst 300.000, bei 8% sind es 24.000 Euro. 2.000 Euro passiv, dann kannst du damit deine Fixkosten bezahlen. Dann hast du eine Situation, dass du unabhängig bist, dass du nicht mehr aktiv arbeiten musst. Es ändert sich aber trotzdem nichts an der Situation, dass du damit natürlich nur Fixkosten bezahlen kannst. Das heißt, passives Einkommen macht dich nicht reich. Es bringt dir nur diese angenehme Situation, dass du zukünftig das arbeiten kannst, was du willst, und nicht mehr das, was du musst. Weil das ist natürlich ein großer Trugschluss. Nur, in dieser Situation, dass man so viele passive Einkommenströme hat, wie man an Fixkosten hat, kommen ja nur 4% überhaupt der Menschen. Die meisten träumen ihr ganzes Leben davon. Ja, haben sich noch nie damit auseinandergesetzt. Wie kann ich das überhaupt erreichen? Ja, also passives Einkommen bringt dir eine kleine Sicherheit. Ja, eine kleine Sicherheit. Ja, es bringt Security, sagt man. Ja, so, es bringt Sicherheit. Aber nicht das unabhängige Leben, was das erstrebenswerte Ziel sein sollte. Ich habe hier aufgeschrieben, passives Einkommen macht nicht reich. Leverage, also sprich gehebeltes Einkommen, kann einen reich machen. Das sagt auch mein Mentor Grant Cadone. Er sagt, don't ask a millionaire for advice, weil der Millionär heutzutage, der Vermögensmillionär heutzutage ist in der Zukunft einfach nur ein besserer Mittelstand. Weil, wann bist du reich? Wann ist eine Million viel Geld? Du bist mit einer Million reich, wenn du nur noch eine Woche, zwei Wochen, ein Jahr, zwei Jahre zu leben hast. Dann kannst du sagen, du bist reich. Wenn du aber sagst, ich habe jetzt eine Million und ich will 20, 30 Jahre davon zehren, dann bist du nicht reich. Da bist du ein armes Schwein. Ja, das ist einfach so. Und dementsprechend, time is money. Ja, und ich muss lernen, hoch zu skalieren oder mich sukzessive in der neuen Welt, muss ich mich dann natürlich selbst sanktionieren und muss Abstriche machen. Und das wäre sehr, sehr schade. Also, deswegen, mein Ratschlag heute ist, einmal nutze Businessmodelle. Da gibt es auch ein Video von mir. Ja, nutze Businessmodelle. Wo fühlst du dich wohl? Was kannst du? Wo du skalieren kannst. Ja, das ist allein, wenn wir, unser Konzept kann man auch empfehlen und vermarkten. Ja, ich habe eine eigene Partnerprogramm, Facebook-Gruppe. Könnt ihr gerne rein. Partnerprogramm, Tobias Redhaber. Da erkläre ich zumindest mal ein bisschen das Konzept. Ja, das wird demnächst noch aufgefüllt mit weiterem Content, weil wir so viele zufriedene Mandanten haben, die auch uns immer weiterempfehlen. Das heißt, die verdienen für Empfehlungen Geld, ja, durch den Videokurs, auch teilweise passiv. Da kommt mal was oder es kommt nix. Haben sie einen Kunde, kommt was, kein Kunde, kommt nix. Ja, aber zumindest hast du die Möglichkeit, einkommenstechnisch etwas nach oben zu skalieren. Und dann gilt es, diese Skalierung, dieses Mehrgeld clever zu investieren. Und dann kommen wir nämlich auf diese Seite hier zurück, ja, dass du somit zumindest mal zum Start im kleinen Stil, ich habe aber viel geschrieben, ja, auf diese Seite rüber kommst. Das heißt, du kannst auf einfache Art und Weise zumindest mal ein kleiner Unternehmer werden und kannst aus dem Einkommen, was du hier erhöhst, mit deiner Mini-Unternehmung, mit zum Beispiel unserem Konzept, Investor werden. Und wir haben ja zum Glück geile Cashflow-Investments, die 8%, 10%, teilweise 20%, 30% im Jahr auch bringen, mit einem ganz, ganz geringen Risiko. Ja, also das ist ja das Geile. Ja, also wir haben gerade sehr coole Investments, also schon seit Jahren. Jetzt gerade ein cooles Investment, kannst du kalkulieren, 28% bis 40% Ertrag im Jahr bei geringem Investitionskapital, gerade mal von 1.100 Euro. Wenn es dich interessiert, schreib mich gerne an. Und ansonsten, A, schau den Videokurs, falls es noch nicht geschehen, auf wohlstandskanzlei.de. Und dann haben wir noch einen coolen Deal. Am 28.06. ist die Cashflow Academy. Online wieder hier von 10 Uhr bis 18.30 Uhr. Sind sechs Parts, wirklich richtig viel Content über Glaubenssätze von reichen Menschen, Money Management Systeme. Gehen wir rein in die vier Wohlstands-Ertümer, wir gehen rein in die ganzen Insider-Informationen über die Finanzindustrie. Warum verdienen oder verlieren 95% der Bürger immer Geld? Was ist die Lösung? Wie investieren die fünf reichsten Menschengruppen? Was ist das Gewinnerportfolio? Wo bin ich selber investiert? Die Mandanten? Welche Investments gibt es? Wo kannst du direkt rein? Also ich zeige alles schwarz auf weiß. Erkläre alles. Chance, Risiko, alles was dazugehört. Und ganz zum Schluss machen wir nämlich die Kalkulation und Berechnung zur finanziellen Unabhängigkeit. Sprich, wie viel Kapital brauchst du? Wie viel Nettovermögen, um aus den Erträgen leben zu können? Und wie kommst du über die nächsten Jahre auf dieses Netto-Kapital? Ohne Variable. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, von mir ganz klare Empfehlung. Gibt es zwei Möglichkeiten. Zwei Möglichkeiten. Ja, auch da musst du eine Entscheidung treffen. Einmaliges Invest für die Cashflow Academy, für den Content sind 59 Euro. Ja, bist du den ganzen Tag zu Hause, sparst dir die Hotelkosten, die Anfahrt, alles. Das ist richtig cool. 59 Euro Invest. Wenn es dir nicht gefällt, wenn du sagst, hey, nach dem Tag, also das hätte ich selber besser hingekriegt. Der Tobias hatte gar keinen Plan. Das hat mir null gebracht. Dann kriegst du von mir das Geld wieder zurück. Ja. Dann studiere mir das Ticket, kriegst du das Geld zurück. Oder du sagst, hey, bis 24 Uhr heute buchst du für 39 Euro, weil du jetzt schon weißt, dass es richtig gut ist. Dann buchst du für 39 Euro bis 24 Stunden, 24 Uhr heute Nacht. Und dann kannst du das Ticket für 39 Euro buchen. Ja, aber ohne Geld zurück Garantie. Also das heißt, du musst nur die Entscheidung treffen, 59 mit der Option oder 39. Ich denke, wenn du heute das erste Mal dabei bist oder auch noch nie auf einer Cashflow Academy warst, aber ein paar Videos schon gesehen hast, schau auf jeden Fall auch mal den YouTube Channel an. Sehr viel Content, richtig gute Informationen. Ich würde sagen, jetzt machen wir noch die nächsten zwei, drei Minuten kurze Fragerunde. Da sind wir eineinhalb Stunden durch. Und mir hat es mit euch auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gerne Feedback, hat es euch heute was gebracht, was konntet ihr rausziehen, schreibt es mal in die Kommentare, das wäre richtig cool. Ich gehe hier live parallel kurz am Handy rein, weil dann wird es schneller hier übertragen. Also hier haben wir Bildschirmen, sehe ich auch, wenn ihr schreibt. So. Also gerne Fragen reinschreiben, Feedback, freue ich mich riesig. Worüber ich immer mega dankbar bin, ja, sage ich ganz ehrlich, wer schon Mandant ist, auf einer Cashflow Academy war oder mich schon länger kennt, auf Google einfach meinen Namen eintragen und mal eine Google Rezension schreiben. Ja, einfach bewerten. Hey, da habe ich das gelernt vom Tobias, das ist cool. Lukas schickt schnell den Link rein. Darüber freue ich mich wirklich immer, immer riesig, ja. So, wo ist denn der Livestream? Hier. So, also gerne reinschreiben. Ich bin ganz ohr, ja. Es sind immer, wie viele Leute sind da drin? 15, aber schreibt keiner was, ist gut. Jan hat geschrieben, ob ich ein neues Business habe mit Cannabispflanzen. Yes, das ist ein Cashflow-Projekt von uns. Ja, Christoph, sehr schön, vielen Dank fürs Feedback. Freue mich auch, wenn du bei der Cashflow Academy dabei bist. Ja, du hast mir, wir haben ja heute schon geschrieben miteinander. So, mag noch jemand was reinschreiben, was sagen? Die liebe Marian. Ja, ist gut, passives Einkommen sollte nur 20% sein. Nein, wenn du, wenn dein Komplett, das ist halt wichtig, das prozentuale Verhältnis. Wenn dein passives Einkommen 100% ist und das irgendwann mal versiegt, weil du ja kein weiteres Controlling darüber hast und einfach nichts machst, dann kann es passieren, dass das wegbricht. Wenn dann mal 20, 30, 40% wegbricht, dann hast du einfach ein Problem, weil das gehebelte Einkommen, das kannst du immer managen, das kannst du kontrollieren. Und Controlling im Bereich Finanzen sind einfach wichtig. Von daher, das war gut, dass du es nochmal reingeschrieben hast. Also, wenn heute einer sagt, ey, ich mache gar nichts, ich habe 100.000 Facebook-Aktien, 100.000 Coca-Cola-Aktien und das und das und das und das. Ich kriege jedes Jahr Dividenden, 200, 300, 500.000 Euro, dann ist das auch passives Einkommen. Ja, wenn du sonst nichts machst und das ist 100% deines Einkommens, dann ist das nicht schlecht. Ja, du musst nicht sagen, oh, ich will mal das reduzieren jetzt auf 20, ich muss wieder arbeiten gehen. Sondern es geht nur darum, dass das gehebelte Einkommen, wenn das halt 50, 60, 70% ist, ist das cool, weil dafür muss man ja jetzt auch nicht so viel tun. Ja, also, das heißt, da habe ich ein Controlling drüber, aber wenn ich jetzt, bei mir ist ja gehebeltes Einkommen, ist, ich bilde Geschäftspartner aus und die machen jetzt 3 Millionen Umsatz. Und ich kriege, was weiß ich jetzt mal, 20.000 Euro, dann ist das nur teilweise passives Einkommen. Ja, weil das ist eigentlich gehebeltes Einkommen, weil ich die ja ausgebildet habe und die ständig betreue. Dass ich jetzt nicht so viel Zeiteinsatz habe, wenn die von alleine laufen, ist super. Aber passiv ist, wenn ich einfach dann gar nichts mehr mache, wenn jetzt aber von denen einer wegbricht oder der nächste oder irgendwas, oder kommt nichts mehr, dann könnte das einfach problematisch sein. Im Network Marketing sprechen ganz viele von passives Einkommen. Ganz viele sprechen von passives Einkommen. Das Problem ist, jetzt hast du eine Struktur aufgebaut mit 5000 Partnern und machst selber einfach nichts mehr. Wenn du nicht präsent bist, auf Seminare gehst, die mal schulst, präsent bist, dass die dich nicht angreifen, also umarmen können, dass du greifbar bist für die, dann, ich kenne keinen Network Marketer, der im Jahr über eine Million verdient, der selber nichts mehr macht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Ich habe ein paar Networker, Freunde, die verdienen siebenstellig im Jahr. Die arbeiten mehr, mehr als alle anderen, die ich kenne. Mehr. Die arbeiten 16 Stunden am Tag. So, was haben wir noch? Sonja. Ja, Sonja, wenn du bei der Cashflow Academy warst, muss ich mal gucken, wenn du noch keine Kundin bei uns bist, dann ist irgendwas schief gelaufen. Ansonsten schreib gerne mal eine Google Bewertung, freue ich mich drüber und ansonsten komm noch mal auf uns zu oder bist mit einem Geschäftspartner von uns in Kontakt. Sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du die Empfehlung ausgesprochen hast. Christoph, cool, wenn du bei der Cashflow Academy am Start bist. Marian, alles verstanden. So, Valerie. Ja, Valerie, der Tobias, bester Mann. Ja, Valerie ist bei uns neuer Geschäftspartner, eine eigene Kanzlei. Wirklich toll, hat seine Mitarbeiter toll ausgebildet. Also, ich freue mich auch, mit dir zusammenzuarbeiten. Ist immer sehr, sehr schön. Also, in diesem Sinne, dann verabschiede ich mich für heute Abend. Wünsche euch, wer einen Brückentag hat, morgen einen entspannten Tag. Nutzt die Zeit sinnvoll und dann sehen wir uns eventuell übernächste Woche, ja, in drei Wochen Sonntag ist es echt cool. Und vorab jetzt auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis nächste Woche Donnerstag. Ciao. Bis zum nächsten Mal.